Und der Standard ist für mich erstmal dieser entscheidende Startpunkt. Warum? Weil es genau diese Gemeinsamkeit auslösen kann. Und jetzt in Bezug auf unsere Geschichte mit dem Standard für, wie baue ich ein Dashboard und diese ganzen Sachen, da ist es natürlich erstmal Tool-Agnostik. Das ist wirklich der Fokus auf der Methodik. Bedeutet, dass Leute in der Organisation, egal ob sie unterschiedliche Tools nutzen, ob sie aus dem Fachbereich oder aus der IT kommen, sie erstmal eine gemeinsame Basis haben, wo sie dann drüber diskutieren können und sagen, hey, wir haben jetzt so ein gemeinsames Ding. Weil das ist ja nicht, wir entwickeln da was oder es liegt dann da irgendwas rum, wird nie mehr genutzt. Es muss ja weiterentwickelt werden, es muss ja leben. Also es bringt nichts, wenn wir einmal irgendeinen tollen Standard aufbauen, den dann auch wieder keiner nutzt.